und damit herzlich willkommen zurück zu final fantasy 14 weit aneck hier dieser kleine schaffigste verschwurbelte typ da der hat die nächste haupt fest für uns in der es um moos pilze und panzerplatten geht wein aneck möchte dir einen ungemeinen gut gemeinten vorschlag zu vertreten nun denn möge der frucht dicke fruchtbare handel zwischen uns beginnen da fällt mir ein hast du mal von morsen gehört er ist ein wahrhaft handwerk fertiger handwerker die ritter aus verboten mussten seine arbeit sehr zu schätzen wussten nicht mussten leider sind seine zittrigen zitterhände nicht mehr ganz so geschickt wie einst und etwas komisches ist er inzwischen auch etwas komisch mal vielleicht könnt ihr euch ja auf einen ehrbaren handel einigen er wird sicher höchst hoch erfreut sein geh während ich mich mit den anderen wegen der stein stabs bespreche ja und ihr könnt mir natürlich auch ein ehrbaren handel anbieten indem ihr vielleicht meinen kanal abonniert und ein deutsch nach oben geht weil damit werden mehr leute auf meinen kanal aufmerksam und auf meine videos und das hilft mir insgesamt ein bisschen zu wachsen und wenn ich wachse kann ich mir auch mehr zeit für meine videos investieren also dann kann ich zumindest mal meiner freundin soll gucke ich das gucken leute darf ich heute abend aufnehmen so aber egal mann und unzählige zahlreiche grasholme 1 182 1 183 1 184 1 184 1 äh hatte ich denn da habe ich schon äh hallo was wäre eine kundige kundin das muss in der tat mein glücklichster glückstag sein willkommen bei morse das benehmert sich wenn ich mich richtig erinnere alte waffen rostige röstungen ich mache sie alle heil ich brauche nichts weiter als zwei moosfunkus beinahe wenn du mir die besorgt repariert ja deine rüstige ausrüstung jawohl von den bosigen moosfungi die außerhalb unserer heimlichen heimstatt leben kann man die moosfunkus bei der gatten bringt mir welche und wir sind im geschäft ok also verlassen wir den ort aber erst mal nehme ich mir doch den gerieten hier und kaum kommt man raus sieht man schon moosfungus mit echt langen musiken moosfunkus bein aber die werden euch jetzt auch nicht helfen so kommt ich mach sushi muss funki sushi aus euch ok damit haben wir die ersten beine und wir nehmen da die nächsten so damit hätten wir die funki gehen funki gehen muss beide nicht ein musiken moosbeine so um und können wieder zurück laufen und liebe kunden die kunden hast du mir die moosfunkus bei der mitgebracht weißt du wofür ich die brauche das ist mein werkzeug glaube ich wenn ich nicht vergessen damit mache ich rostige rösteisen und lumpiges leder wieder blinkerplank wenn ich meine arbeit wieder aufnehmen soll brauche ich die so wie viele moosfunkusbeine behauptet zu haben zwei du hast mir genau zwei moosfunkusbeine gebracht für uns ist es eine frage der ehrenhaften hr beiden handel sein wort zu halten das heißt nicht einst nicht drei nein genau zwei zu viel ist auch nicht gut das wirkt ja als bräuchte ich all großen das wäre hämisch herablassend aber du hast alles richtig gemacht sehr gut dann will ich dir mal deine ausrüstung anschauen mir bei der ausrüstung anschauen im alter vergisst man satz stellungen also gut was haben wir denn da es kommt noch einige materialkosten hinzu aber das macht nichts auch nicht viel und eine rüstige ausrüstung aufzupolieren ich gebe dir eins wieder zurück wenn du das nächste mal reparaturen brauchst hast du schon einst du kannst jetzt bei monos deine ausrüstung reparieren lassen ach ja richtig wie wäre es wenn du als nächstes mit ist dort drüben einen handlichen handel schade der typ da ja der da du bist noch eine weltgereiste heldin bestimmt könnt ihr euch über ein glänzendes geschäft einig werden okay was hat denn der typ da drüben für uns hallo ist keine ahnung er lächelt uns auf alle fälle erwartungsvoll an wenn es denn sporen auf der spuren sind endlich mal ein anderer fremdling als orientiere ich freudvolle freud bist du die erste reisende seit langen die ich zu richt du bist die erste reisende seit lang die ich zu gesicht bekomme wie wäre es denn mit einem kleinen handel in dieser grotte wachsen kräftig hässliche pilze die uns die gesundheit vermiesen ganz trockene nase bekommt man davon die flammen pilze müssten so schnell wie möglich entfernt werden normalerweise vernichten wir sie mit unserer magie aber wenn diese pilze abbrennen entwickeln wir dampfende dämpfe die giftig sind das ist nicht gut nein gar nicht gut wenn du sie für mich entfernt soll es nicht zu deinem schaden seien wirklich nicht ich habe ein paar sehr interessante tauschwaren im angebot ein ehrbaren handeln werden wir handeln meine sachen werden die bestimmt auf deine beschwerlich gefährlichen reise von nützen sein ok dann wird das die pilze nein wo sind dann die bild was ich weiß dass ich mal wie die pizze aussehen nein und erkenne ich ab nein voran erkenne ich jetzt die pilze die ich entfernen muss flammen pilze beseitigen aber hinten ist okay der erste flammen pilz ok denn hätte das ist ja richtig schwere arbeit hier die man leist muss so vor allem aber nicht weiß wie sie flammen pilze eigentlich aussehen aber jetzt wissen wir es ja so flammen pilz an die man das war flamme an von marvel egal hallo wo ist der zweite flammen pilz ich habe dich als ich nicht verstecken so und der letzte flammen pilz der muss da hinten irgendwo sein vielleicht dass ich da hinten versteckt nein ist hier ein flammen pilz flammen pilz wo bist du hier vielleicht auf dem dach ja da ist er habe ich habe dich das ist die frage wie komme ich darüber springen herz springen und nein so kommt man nicht rüber da muss man wahrscheinlich hier oben lang laufen ja das ist der richtige weg und der letzte flamme pilz flammen pilze werden auch erledigt hast du die flammen pilze beseitigt sehr gut gute arbeit hast du auch einen blick auf die war erst eingang der höhle geworfen mir wurde gesagt dass dort noch mehr flammen pilze wachsen alle pilze müssen windgeschwindig entfernt werden ok warum hast du nicht gleich sagen können müssen wir darüber zum eingang und da die pilze sammeln ich glaube ich packe dir einfach mal auf meine pizza da gibt es pizza okay da haben wir ein flammes vor allem sind die erfahrten schon fast wie im steinofen gebacken bei den flammen du hast gerade den flammen pilz entfernt also als die blicke auf dir spürst du drehst dich um zum eingang und sie ist jemand der dich beobachtet ja warum stehst du da hinten ja ich habe gerade ein handel mit einem numu abgeschlossen und wollte ich muss jetzt zu ihm zurück entschuldige hast du dich einfach so billig hergegeben kleine mit vier aber egal wir gehen jetzt wieder zurück und geben unsere sporen pilze ab so hier sind unsere pilze was ist hast du den pilz am höhlen eingang entfernt ja habe ich gemacht hervorragend damit sollte der gast die giftige gestank vorerst aus unseren feinen nasen sein weißt du früher bin ich viel und weit gereist ein rühmlich ruhmreicher materialhändler war ich bin dabei sogar bis nach auf die bergigen bergen gestiegen habe seltene materialien gesammelt und damit dann im schloss ehrbaren handel betrieben einst als das königreich verboten noch existierte noch bevor die schlitzohrigen pixies dort einzogen hieß linke noch schloss grünes licht die königliche königsfamilie und ihre ritterlichen ritter und all die bewohner der hauptstadt sie wurde von den zündenfalltägern aufgefressen es war schrecklich scheußlich also gut du hast einen teil des handels getan nur ist eine frage der ehrbaren ehre dass ich den main tour wird versprochen ein tausch geschenkt für die beseitigung der pilze falls noch mehr werkzeug und wertige waren brauchst kannst du gerne jederzeit vorbeikommen wir kommen bestimmt ins geschäft jesus gemischt waren laden ist wieder öffnet bevor du gehst meine kollegen ried lade sieht in letzter zeit gar nicht glücklich aus zieht immerzu ein ledig leidlich langes gesicht vielleicht kannst du ja nachsehen was dem alten koch fehlt wenn du mit ihm ein ehrbaren handel an gehst stimmt in das bestemmen wieder glücklich das funktioniert bei mir auch immer wenn ich mal trüb traurig bin ja warum nicht alle guten dinge sind drei